Hallo Freunde von Deinsbrüms, hier ist die Wally. Ich grüße euch aus meiner Boutique Ola Lamu und Bergklapp am Schwarze 576 in Köln. So, jetzt haben wir für euch, für die Mädels, haben wir jetzt auch ein ganz tolles süßes Kleid. Also wir haben jetzt super Osterangebote. Das ist zum Beispiel König der Müffe, die Mädchen lieben es. Dieses geht auch so von zwei Jahren bis, Moment, ich muss jetzt mal gucken, bis zwölf Jahre. Das ist auch eine Naturfaser und kommt jetzt 10 Euro. Dann haben wir auch ein süßes Kitzel. Ah, wirst du Kitzel. Prinzess steht da drauf. Sieht auch ganz niedrig aus. Das ist auch für zwei Jahre. Und das geht dann auch in den größeren Größen, damit ihr jetzt auch ein Bild draus machen könnt. Das ist so gut für bis zu zwölf Jahre. Also es ist ein super toller Stock, richtig schön hautangenehm, richtig weich und einfach klasse. Und der kommt jetzt, dieses Kleid, die 10 Euro. Der soll ja langsam was wärmer werden. Dann unser Schmetterling. Oh, der ist schön. Auch wieder mit Glitzer. Hinten mit Spitze. Sieht auch super schön aus. Ist auch ein bisschen gequächt, wie ihr seht. Ja, auch mit den Glitzer sieht schön aus. Ja, sieht so klasse aus. Und das ist auch wieder von klein. Ja, auch wieder von zwei Jahren geht das. Bis zwölf Jahre. Und die sind auch die 10 Jahre. Dann haben wir noch dazu geholt. Auf dieser großen Auswahl, die wir im Moment auch noch haben. Dieses süße, weiche, hauffreundliche Schmetterling-T-Shirt. Auch die Frauen mit süßen Pailletten gearbeitet. Kinder lieben ja Glitzer. Ja. Ja, ich möchte ja immer so gerne diesen Prinzessin-Look haben, wie man so sagt. Und dieses tolle T-Shirt kommt 7,50 Euro. Ist aber auch eine super Qualität, werde ich ganz gut kriegen. Ich hoffe, ich ziehe jetzt gerade gut mal. Ich bin. Siehst du? Ja, cool. Sorry, die Flügel bewegen sich. Ja, das ist cool. Das finden die Kinder toll. Ja, das geht dann auch wieder von zwei Jahren bis 14 Jahren. Ich gebe euch mal einen Tipp. Wir haben ja bald Ostern. Genau, ist jetzt auch ein ganz tolles Geschenk. Hier ist das nochmal für eine 14-Jährige. Zeig jetzt immer klein und groß, damit ihr euch auch mal so ein Bild machen könnt. Das sieht auch gut aus. Sorry. Dann habe ich das noch dann in der Rosa. Also für 7,50 Euro. Dies ist super Qualität. Also es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Qualität. Ja. Und dann fehlt es auch nochmal ein größer. Das ist süß. Sieht auch ganz cool aus. Auch eine schöne Spreggings. Ich habe hier auch noch eine Spreggings. Da könnte man das auch noch auch tragen. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Oder auch ein Pink. Auch so süß. Mit dem Leben ja so Pink, diese knalligen Farben. Das ist ja sowieso ganz toll. Ja, auf jeden Fall. Also die Farben bleiben auch. Und das für die Qualität. Also es verzieht sich auch nicht. Also für 7,50 Euro wirklich eine top Qualität. Oder auch nochmal ein Turquise. Ja, cool. Das ist auch eine schöne Osterfarbe. Das Turquise finde ich. Auch eine richtig tolle Farbe. Und dann gibt es auch nochmal eine große. Die anderen auch. Nochmal ein bisschen ausgeprägter. Ja. Außer da haben wir noch genug da. Genau, seht ihr? Ja, da würde ich mal sagen, das war es mir zuerst mal. Schaut einfach mal herein. Schnapp euch euer Hoster-Schnippchen sozusagen. Ich freue mich auch auf euch. Also bis denne. Ciao. Und teilen, leisen und abonnieren nicht vergessen.